Die Unterschiede zwischen einem B550 Mainboard oder einem X570 Mainboard sind oft nicht so, dass man sie leicht erkennt und man nach dem Prinzip gehen kann, nur weil ein B550 Mainboard billiger ist, kriegt man hier auch weniger. Denn zum Beispiel bei einem B550 Mainboard kriegt man einen anderen LAN-Anschluss, wer 2,5 GB anstatt 1 GB ist. Und hier könnte man sich jetzt schon fragen, für was braucht man den, aber darauf gehen wir später ein. Erstmal gehen wir auf die generellen Unterschiede ein. Und zwar, wenn du ein B550 Mainboard vergleichst mit einem X570 Mainboard, werden die unterschiedlichen PCI4 Anzahl erscheinen. Zum Beispiel ein B550 Mainboard hat nicht so viele PCI4 Lanes wie ein X570 Mainboard. Das heißt allerdings, was es für dich jetzt genau heißt, bei einem B550 Mainboard ist dieser erste Endform E-Slot für deine SSD ein PCI4 und der zweite PCI3. Das heißt, wenn du nur eine SSD brauchst, wird dich der Unterschied gar nicht bemerkbar machen, brauchst du allerdings zwei PCI4 extrem schnelle SSDs, dann brauchst du auch beide. Das ist dann für das X570 besser. Und generell, falls du nicht den Unterschied weißt zwischen PCI3 und PCI4, ist generell die Geschwindigkeit, die hat sich verdoppelt. Und das ist auch der Vorteil, denn zum Beispiel auch hier wieder, das erste für die Grafikkarte ist PCI4, allerdings die unteren sind PCI3. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen speziellen Stream Deck hast oder so, wo PCI4 brauchst und noch eine Grafikkarte, würde es beim B550 Mainboard nicht gehen. Beim X570 würde es. Allerdings, wenn man realistisch ist, die meisten Sachen heutzutage sind auf PCI3 ausgelegt und du wirst nur eine Grafik reinmacht, welche zum Beispiel PCI4 unterstützt. Die neuen Grafikkarten von Nvidia unterstützen dies zum Beispiel, aber die älteren eben nicht. Und das heißt, du kannst eine Grafikkarte und eine schnelle SSD machen, dann lohnt sich ein B550. Denn es gibt noch ein paar andere Vorteile von B550, wie zum Beispiel das LAN, wovor ich schon gesagt habe. Hier ist der Vorteil, das 2,5 GB LAN kannst du wahrscheinlich nicht mit deinem Router oder so ausnutzen, sonst hast du wirklich schnelles, was auch cool wäre, aber eher der Nichtfall. Allerdings, du kannst das 2,5 GB LAN für ein Heimnetzwerk nutzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen NAS in deinem Haus hast, dann kannst du diese 2,5 GB dran schließen, dann hast du dann statt 1 GB nochmal das 2,5 fache Geschwindigkeit, was ein unterschätztes, aber wirklich cooles Feature ist. Des Weiteren, so auch in normalen Features, wie zum Beispiel Wi-Fi und so, sind in beiden B550 und X570 dabei. Das heißt, Unterschiede ist bei LAN, findest du es, bei den PCI4 LANs, das heißt, die vorderen beim B550 sind PCI4 und die hinteren sind langsamer. Beim X570 sind alle schnell. Die AMD werden alle gleich unterstützt, das heißt, Weisen 3 und Weisen 5000 werden alle gleich unterstützt. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste. Jetzt denkst du dir allerdings vielleicht, du brauchst keinen 2,5 GB LAN und dann kannst du dir ein X570 Mainboard holen. Allerdings, ich habe noch zwei negative Punkte dafür, die dafür sprechen. Allerdings musst du auch sehen, ein X570 Mainboard ist für einen Pro-Zoomer, also wenn du sehr hochwertige Hardware hast, durchaus sinnvoll. Allerdings für den normalen Konsumenten ist ein B550 im Normalfall besser, denn du kannst Geld sparen. Es kostet im Normalfall 30, 40 Euro weniger, manchmal auch mehr weniger, wenn du zwei ähnliche Mainboards vergleichst zum gleichen Hersteller. Und es gibt eben noch diesen Lüfter. Dieser Lüfter ist normalerweise nicht wirklich schlimm, allerdings er stört mich ein bisschen deswegen, weil er einfach da ist und manchmal angeht. Das ist so ein kleiner Lüfter und viele Mainboards machen es so, er geht dann nur kurzzeitig an, allerdings hörst du dann ein nerviges Surren. Gerade wenn du Games spielst oder das Mainboard stark belastest, wird er öfters angehen und nervig sein. Das heißt, wenn du dir einen sehr leisen PC-Bild baust, kann dieser Lüfter dir in die Quere kommen, denn den kannst du auch nicht gescheit steuern. Bei einem B550 ist er nicht dabei, aber bei einem X570 ist er eben dabei. Und jetzt habe ich allerdings noch den letzten Vorteil von X570, den B550 nicht hat. Und zwar die fehlende Konnektivität-Erweiterung, denn bei B550 kannst du hier vorne extrem viele Anschlüsse haben. Allerdings, es sind nicht so viele wie beim X570. Das heißt, du kriegst hier zum Beispiel mehr USB 2.0 anstatt USB 3.0. Und auch hier hinten, was oft unterschätzt wird, du hast hier zum Beispiel jetzt nur eine USB 3.0-Verbindung für dein Gehäuse vorne. Der Typ C-Verbindung fehlt komplett. Die kriegst du nur beim X570-Board, wenn sie nicht schon hier vorne ist. Das heißt, hier hat man sich dafür entschieden, sie kommt vorne hin, aber hinten gibt es keine. Beim X570 kannst du sie vorne und hinten haben. Und das ist auch so ein Kompromiss, wenn du weißt, dein Mainboard oder dein Gehäuse hat vorne einen Typ C-Anschluss, dann solltest du das auch das Mainboard unterstützen. Allerdings, dieses Mainboard würde das jetzt nicht unterstützen. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen helfen, die Unterschiede zu sehen zwischen X570 und B550. Im Normalfall ist das B550-Mainboard das Beste für die meisten Leute, da du auch ein bisschen Geld sparen kannst. Und falls du wissen willst, was dieses Mainboard hier, welches Mainboard es ist, ich habe einen Link in der Videobeschreibung unten verlinkt. Und generell, du kriegst hier Wi-Fi 6, das heißt, du hast eigentlich alles Wichtige mit diesem Mainboard. Ich habe sogar noch ein ganzes Video darüber gemacht, das kannst du dir auch noch anschauen, falls du Lust hast. Und das Bildung revealed, dass es sich hier hinwekommen, wie es kann ja, Und da gibt es kein Lieber saisches Programmer, wie es sich manchmal höher ist, Und das Bildung ist einfach fertig, wenn es das Bildung kommt,